Hallo, guten Tag. Wir haben hier noch einen kleinen Jungen Mann. Gestern haben sich leider unsere Ereignisse überschlagen. Deswegen wurde der kleine Mann wieder zurückgenommen. Wir suchen wieder ein schönes Zuhause. Für den kleinen, er ist geboren am 15.11. Wenn jemand Interesse hätte, kann einfach melden. Er hat auch FCI-Papiere, Stammbaum also, die ihm geschickt. Einfach ein süßer Kerl. Ganz, ganz viele. Fluffige Fell, richtiger Mädchen-Typ. Kurze Ohren, Tatzen. Du bist ein süßer Kerl. Für dich bin ich ein sehr schönes Zuhause.